We're about to end this song Church, a.k.a. It's Reality! Ein halbes Heim ist besser als eine Wettel-Tale. Ihr habt die Station Angst und Anadiener in Paulkirche gefunden. Wir erwarten euch vier Aufgaben. Die ersten beiden Aufgaben müsst ihr einmal um die Kirche drumherum machen. Erste Runde vorwärts laufen, zweite Runde rückwärts laufen. Die dritte Runde und die vierte machen wir von her Handdeckwärte bis vorne Handdeckwärte. Aber dazu später mehr. Jetzt geht's erstmal los mit dem Vorwärtslauf. Zweite Runde, rückwärts laufen. Dritte Runde, Lunges. Von der Kante bis zur Kante. Einmal vorwärts und einmal bevörts zurück. Und letzte Aufgabe, die Burpee-Flocker. Ich bin von der Kante bis zur Kante gestützt, mit einem Vorwärtslauf. Vorwärts und vorwärts.